ich bin ich hier ein bisschen heute bin ich ja ich hab ewig ich hab immer mal ich bin so direkt jetzt nicht mehr heute bleib ich euch ein paar Live-Fact Leifex Nummer 1 Steck Kopfhörer in die Hohentaschen Lauft, lauft, lauft So, und gehen gleich mit Dann holt ihr die Hohentaschen und das ist so zart verheiratet Hhhhhh Nein Das geht so aber nicht Das ist nämlich ein Lifex den wir gerade einfangen Wir sind heller die Kopfhörer und und euer Lifex ist Ihr fangt mit den Kopfhörern hier an macht sie immer so immer so, wenn es hier und vor uns immer achten den Kopfhörer immer immer weiter immer schön übereinander geacht haben dann ungefähr so ein Stück hier freilassen und einmal hier drunter und dann wieder ne, warte mal, das wird so wenig frei gelassen das könnte reichen und das ist vier und halb, halb, halb dann stecken wir hier durch und irgendwie das Kabel steckt das hier durch und hier rüber so sieht schön an damit das schön fest ist das macht sie so auf geht wenn ich zeige euch jetzt mal diesen Einladen mal mehr habe ich jetzt vergesst dann macht ihr ungefähr dass ihr noch fünf Stückchen übrig habt dann zieht ihr die von den Schlaufen ab dann haltet die Tochter mit einer Hand und so ein bisschen bei den Schlaufen und dann nehmt sie hier sie geht dann einmal durch diese Schlaufe durch geht dann von der Schlaufe aus hmm wenn sie die 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 nicht 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 Wenn ihr jetzt das Ogel habt, dann gebt ihr den kleinen Stab, und dann habt ihr es einfach mehr. So. 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 Und schon ist es. Bei so welchen Kopfhörern geht es natürlich auch, es geht bei allen Kopfhörern. Ja, ich weiß, ich hab noch was auf dem Pflicht- oder Pflichtspiel, aber das kann ich jetzt nicht machen, weil ich meine ganzen Schminksachen mit anderen Sachen zusammengeschmissen habe und gestern trotzdem habe ich mich alles da rausgeprüscht. Also, ja, es ist mir jetzt noch viel ein bisschen vergangen. Ja, neus Jahr, neus Glück, dank vieler, aber bei mir wird es jedes Jahr wollen. Ich denke, dass ich ein neus Glück habe, neus Glück, aber im Gegensatz zu Kech. Aber einen Abonnenten habe ich, glaube ich, schon, und, ja, Pokémon werde ich natürlich auch noch jetzt play, sonst weil ich will ja nicht nur so beauty, um zu sein, und meine Schwester will Pokémon gerne jetzt play, und ja, sie nennt sich dann noch viel Abonnenten. Ja, das war's schon, und ich würde gerne mit dir vielleicht kommen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!